Hallo und willkommen zurück zu The Infected und ja, es ist wieder The Infected. Ich habe eine Erklärung für euch. Ich kann jetzt momentan nicht länger am Stück aufnehmen und es ist extrem schwer, The Forest aufzunehmen, weil man nicht jederzeit speichern kann. Und das ist momentan so, so schwer. Ich kann zum Beispiel, wenn die Kleine im Kindergarten ist, mir das viel besser einteilen und kann sagen, ja okay gut, wenn ich jetzt nochmal eine halbe Stunde länger mache, dann ist es nicht so wild. Und dann kann ich auch wiederum sagen, ja okay gut, hier mache ich einen Cut, weil ich weiß, ich kann jetzt nicht nochmal eine halbe Stunde. Und jetzt im Moment habe ich wirklich nur eine halbe Stunde Zeit. Und da ich jetzt die Wahl habe zwischen Infected und The Forest, dann mache ich den Infected. So, ich war fleißig. Wir haben den Wasserhahn hier oben. Auf die Stühle kann man sich nicht setzen, man kann so bewegen. So, dann haben wir jetzt das Waschbecken. Jetzt können wir abwaschen. Den Kühlschrank habe ich wieder befüllt. So, dann als nächstes. Die Sofaecke habe ich ein bisschen umgestellt. Ich bin das alles so, ja, ich fand das vorher, es stand irgendwie doof im Raum. So finde ich das ein bisschen besser. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Therapiesessel von einem Psychologen. Dann legt man sich hier auf die Couch und der erzählt einem irgendwas. Ja, was noch? Die Kleidung hängt, ihr habt es bestimmt schon gesehen. Tadah. Und dann kommt das Gewächshaus. Ich habe hier Geländer. Okay, ich muss euch sagen, mich regt es riesig auf. Da. Warum? Warum es passt, ist, es geht da nicht hin. Es geht da einfach nicht hin. Und ich habe mir gesagt, reg dich nicht aus. Aber es geht da nicht hin. Es geht da einfach nicht hin. Also, müssen wir das Ding, ihr habt es schon gesehen, weil das andere ging tatsächlich. Moment, ich glaube, das ging auch nicht. Wir müssen andersrum dran. Und wenn es dann geht, ja, denn, heulich. Das Dach habe ich auch noch nicht abgerissen. Weil ich ehrlich gesagt noch nicht weiß. Weil ich weiß noch nicht. Ja, Eisen habe ich zwischendurch ein bisschen gefarmt. Geformt. Die Situation hier habe ich ein bisschen gefarmt. Moment, wir nehmen aus dem... Ja, manchmal nehme ich einfach zu viel raus und dann passiert sowas. Und wenn es jetzt geht, dann habe ich einfach hier so ein hässliches Ding. Nee, es geht nicht. Es geht nicht. Ich weiß nicht, warum es nicht geht. Ich weiß einfach... Ich glaube, weil er das hier mit der Ecke da nicht rallt. Aber hier funktioniert es ja... Gut, das ist aber eine andere Ecke. Ich weiß es nicht. Ich habe auch schon versucht, das irgendwie hin und her zu schieben. Und ach, keine Ahnung. Versucht, andere Geländer zu bauen. Und ja. Ich weiß es nicht. So. Zack. Okay. Okay, 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 okay. Äh, zack. Zwei Stück. Ich weiß, dass jetzt da draußen noch zwei Stück liegen. Die hole ich mir dann später. Später. Kannst du mal bitte die beiden Balken hochholen? Ah, ich brauche noch einen. Okay. Jetzt seht ihr es schon? Das Wasserhäuschen ist auch fertig. So, das ist schon, äh, fertig mit allem drum und dran. Moment. Ich zeige es euch mal. Tada. Und tatsächlich, wenn man... Jetzt habe ich es angeschaltet. Wenn man... Moment. Eins lassen wir hier. Zack, zack, zack. Hallo. Läufst du bitte? Ähm. Das anhat. Dann wird das hier drin gegossen. Und man kann aus der Spüle hier... Wasser rausholen. Und das allergeilste ist... Es ist tatsächlich sauberes Trinkwasser. So, ich mache das aber immer nur kurz an. Damit, äh, das alles bewässert wird. Und mache es dann wieder aus. Denn es kostet Strom. Den ich hier brauche. Und, äh, ja. Von daher... So, was gibt es noch zu sagen? Kobalt, äh, habe ich momentan komplett abgebaut. Und habe es, äh, rüber zum Kupfer gebracht. Denn ich finde, das ist wichtig. So. Weißt du, was wir machen? Ich nehme jetzt mal nur Aluminium mit. Wir müssen uns mal merken. Wir müssen sowieso gleich Spirit holen. Beziehungsweise nachtanken. Dann machen wir so, dass wir gleich, äh, äh, Steine-Dingsbums holen. Und das gleich in die Steine reinschmeißen. Oh, ich hätte vielleicht auch eine Kiste mitnehmen können. Ah, wir gucken mal, wie viel reinpasst. Wie viel Porsche... Dann brauchen wir jetzt auch keine Kiste mehr. Wisst du, was ich meine? Ich weiß gar nicht, ob die Öfen noch brennen. Wir werden sehen. Ja. So viel, äh, zu dem Thema. Auf jeden Fall brauche ich noch mehr Kupfer, um hier die ganzen Lampen fertigzustellen. Ich glaube, ich werde halt nicht das hier in die Küche. Moment. Ich habe noch einige electrical parts da. Wieso habe ich die nicht benutzt? Fragen über Fragen. Ja, Aluminium habe ich tatsächlich wieder aufgebraucht. Deswegen... Zack, zack. Äh, hatte ich euch schon erklärt, wie ich das hier mache? Dass ich sechs Öfen habe, sodass ich immer zwei Barren brennen kann. Ja. Das ist der ganze Trick. Habe ich noch was zu erzählen? Nee. Das war es tatsächlich. Ich hoffe ja, ich weiß nicht, ob auf dem Map noch irgendwie was dazu gekommen ist. Hat da nichts verlauten lassen, glaube ich jedenfalls. Wir können uns das doch alles nochmal in Ruhe anschauen. So. Dann nutzen wir auch mal die Zeit, die wir zusammen haben. Zack. Das brennt nicht, ne? Ja, kann ja mal passieren, dass man wirklich... Irgendwas anzumachen hier. Bin ja jetzt nun auch nicht mehr die Jüngste. Mit meinen 18. So. Also. Wir haben hier unsere... Da. Unsere Kohlekiste. Für die Küche. Und in der Küche machen wir jetzt auch die Lampe fertig. Nein, machen wir nicht. Was fehlt? Ein Kupferparren. Dieses Kupfer. Es ist halt wirklich... Es ist nie so einfach zu bekommen. Es ärgert mich schon ein bisschen. Immer mit dem Kupfer. Bin ich ehrlich. Bin ich ehrlich. Es ärgert mich. Es ärgert mich. Also jetzt habe ich mein Aluminium dabei. Das ist ein bisschen... Ja, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Ich habe doch das ganze Aluminium sowieso rausgenommen. Das sind ja sowieso nur eigentlich nur die Kohlebrocken. Aus der einen Kiste. Weil das andere kommt ja da rein. Jetzt habe ich den Sprit vergetan. Ja. Gut. Manchmal mache ich mich selber sprachlos. Okay. Und ich hoffe, ich werde nicht krank. Es kratzt im Hals. Das ist auf jeden Fall kein Corinna. Weil, ähm... Ja gut, wir haben andere Menschen schon gemieden, bevor das mit Corona kam. Von daher... Nein. Wir haben ja auch die Kleine, wie gesagt, schon, äh... Seit längerem... Also Ende... Ende November haben wir so aus dem Kindergarten schon rausgenommen. Weil uns das zu brenzlig ist. Und dadurch, dass wir die Möglichkeit haben, haben wir auch gedacht... Entlasten wir mal den Kindergarten. Das ist nämlich auch... Da sollte man nämlich auch ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Dass es ja Menschen gibt, die ein bisschen stärker darauf angewiesen sind, einen Kindergartenplatz zu haben. Als wir. So. Okay. Ja. Eisen. Ihr seht's. Läuft. Hier kommt das Kupfer hin. Also die beiden sind eigentlich für Kupfer. Man merkt, es ist viel drin. Ja. Hier Kobalt, Aluminium. Muss ich mal gucken, dass ich das Aluminium jetzt gleich noch irgendwie verarbeitet bekomme. Und dann wollte ich mit euch nämlich noch die Fenster machen. Ich sehe das jedes Mal, dass die Fenster nicht gemacht sind. Weil sobald wir die Fenster haben und sobald wir oben das Dach... Toll. ...gemacht haben, ist unser Haus auch wintersicher. Dann ist es winterfest, Leute. Dann sind wir sicher da drin. Dann können wir vorbei. Der Pedel, der kocht euch, was schön ist. Der macht einen super Fleischfisch-Eintopf. Natürlich müssen wir ein bisschen umbauen, ja. Also wird natürlich alles mit Plexiglas dann ausgekleidet. So, dass wir auf keinen Fall aufeinandertreffen. Alles gut. Alles gut. So. Perfekt. Und danach können wir perfekt übergehen. Weil hier wird dann das Aluminium gebrannt. Und alles andere sind dann Steine. Okay. Also, wir haben noch hier eine Schmullkiste für die Kohle. Ja, ja. Zack. Aluminium. Ich werde auf jeden Fall mehr von den Drehdecker gebrauchen. Oh Gott. Strom. Auf jeden Fall mehr. Ah, ich höre dich, Füchschen. Ich höre dich. Ich rieche Essen. Nein. So. Ich bin gerade am überlegen. Wir haben ja eigentlich ein leeres Inventar bis auf die zwei. Eigentlich sollten wir hinten beim Kupfer... Sollte alles gut sein. So. Ich habe zwischenzeitlich natürlich. Natürlich. Wie soll es auch so etwas sein? Auch Treibstoff natürlich hergestellt. Und wir laufen gleich mal rüber zum Kupfer. Ich werde das dann auch rausschneiden. Wie immer. Also den Weg aus. Was passiert irgendwas? Dass mich ein wildes Tier anfällt oder so. Dann lasse ich das natürlich drin. Weil das müsst ihr sehen. Ihr müsst ja sehen, wie ich leide. Alles andere ist ja irgendwie... Nee, nicht lustig. Okay. Bis gleich. So. Da sehen wir auch schon das Haus in der Ferne. Oh, sieht das nicht hübsch aus. Nein, das sieht aus wie immer. Okay. Ich wollte euch übrigens mal was erzählen. Für diejenigen, denen das vielleicht aufgefallen ist, war jetzt nicht in keiner guten Qualität. Ich habe tatsächlich noch die Einstellungen von der alten Grafikkarte fürs Spiel gehabt. Und habe das jetzt geändert. Also ihr könnt da gerne mal vorbeischauen. Die Grafik sieht jetzt auf jeden Fall viel, viel besser aus als davor. Wollte ich nur mal gesagt haben. So. Das ist nämlich hier... Das habe ich hier alles gepflegt, was hier so lag. Habe ich hier eigentlich nicht... Nein, nee. Habe ich schon alles aufgebraucht, ne? Gut. Gut, 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 gut. Ja. Das war's. Dann laufen wir wieder zurück. Wir sind jetzt drüben. Ah, ich hatte noch eine Frage an euch. Vielleicht weiß das ja einer von euch. Oh Gott. Wir haben doch gar keine Katze. Wieso liegt da ein toter Vogel vor unserem... Das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen, den hat da jemand hingelegt. Also nach der Sache als nächstes seid ihr dran. Peterle, wir verstecken uns. Wir verschanzen uns. So, zack. So, vielleicht weiß das einer von euch. Ja, vergessen, was ich fragen wollte. Na, war's nicht wichtig. Okay. Vielleicht weiß das einer von euch. Was ich sagen wollte. Oh Gott. Wieso habe ich das? Na, egal. Ups. Ja, es passiert mir öfter, dass ich einfach Sachen wegschmeiße. Das ist okay. Das ist okay. Man gewöhnt sich dran. Aber sehr nice, dass ich jetzt wieder ein bisschen Kupfer habe. Ich brauche nur so viel Kupfer, um jedes Mal da hinten hinzulaufen. Aber dadurch, dass die ganzen Maschinen jetzt leer gegangen sind, musste ich sie ja sowieso zwangsläufig nach da hinten laufen. Und von daher ist okay. Ich werde jetzt übrigens auch keine Steine brennen. Einfach, weil es den Schnitt kaputt macht. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich habe genau die Öfen genauso berechnet, dass die genauso funktionieren, wie ich das brauche. So. Das kommt jetzt noch oben hin. Ah, Glas könnte ich brennen. Sieht ihr? Sieht ihr? Sieht ihr? Sieht ihr? Gut, dass ich die Öfen breche. Nein, es geht einfach nur darum, dann hätte ich einfach zwei Eisen übrig. Und die müsste ich dann liegen lassen, bis ich irgendwann mal... Aber ich habe genau die Öfen berechnet. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Ich bin ehrlich zu euch. Okay. Ja, wir sind tatsächlich schon durch. Ach, Fenster. Seht ihr die Fenster? Ja, mit dem Abreißen, genau, mit dem Abreißen der Dachsachen, das Problem ist, oder beziehungsweise mein Problem momentan ist, dass wenn ich das abreißen würde, ich das Problem habe, dass ich auch die ganzen Windräder verstellen müsste. Es ist halt einfach so viel Arbeit, die ich jetzt dann machen müsste. Ich weiß es noch nicht, ob ich es mache. Ganz ehrlich, ich würde es schöner finden, wenn wir im Winter hier geschützt wären. Aber ich weiß halt nicht, wie realisierbar das ist. Wir werden so viel Glas brauchen, ich werde so viel brennen müssen. Ist okay, ist okay. So, dann müssen wir überall noch Türen reinmachen, weil das ist ja auch für den Winter wichtig, dass Türen drinnen sind. Zack. Huch. Komm schon, komm. Hallo. So. Das steht nicht perfekt, das müssen wir noch ein bisschen nachjustieren, weil das sollte eigentlich genau bei dem Viereck sein. Naja. Okay, was brauchen wir? Äh, Glas, Stock und Feuerholz. Oh Gott. Feuerholz ist kein Problem. Aber, äh, Glas und Stock? Äh, schwierig. Sehr, sehr, sehr schwierig. Schwierig. Wow, ich habe doch mehr Kupfer, als ich gedacht habe. Ich habe, wow. Ich habe es gerade reingelegt, ja, und habe nicht realisiert, dass ich wirklich sieben, sieben Kupfer habe. Sieben, Leute. Wisst ihr, wie viel das ist? Einfach sieben. Entschuldigung. Es ist alles gut. So. Ich würde aber sagen, wir haben alles gesehen. Ja, die KI konnten wir immer noch nicht testen, ne? Ähm, da kann ich tatsächlich jetzt keine Steine mehr reintun. Aber, aber, Glas könnte ich reintun. Ach komm. Dass es nicht richtig laufen kann, verstehe ich nicht, verstehe ich nicht. So. Okay. Dann, fünfmal Glas pro. Ja, das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Das sind einfach 55 Glas. Das sind 550 Dings. Beziehungsweise 110 Steine sind das. Ja, würde ich mal sagen. Ihr geht fahren. Ich hole mir das dann später ab. Gut ist, ne? Also irgendwie, ich weiß nicht, was los ist. Ich hoffe echt nicht, dass ich krank werde. Das wäre jetzt noch so die Kirsche. Da sage ich einfach nur, Frühweihnachten. Ich bin raus. Nein. Zack, zack. So, was brauche ich hier noch? Kupferbahn. Ja. Zack, Kobalt. Ah, schade. Nochmal zwei Kupfer. Och Gott sei Dank gibt es keinen Fallschaden, sonst wäre ich jetzt tot. Ja, einfach so. Zack, tot. Wir machen immer ein bisschen Strom gut, aber ich würde halt irgendwie, keine Ahnung, das Wasser gerne permanent laufen haben, damit ich einfach nicht jedes Mal darunter muss und nicht jedes Mal an- und ausmachen muss. Wisst du, was ich meine? Na, natürlich, wisst ihr, was ich meine. So. Ich glaube, ich brauche davon noch ein bisschen. Davon noch ein bisschen. So. Ei, das liebe Kupfer. Das liebe Kupfer. So. Ja, ansonsten, wenn ihr noch Ideen habt, was ich hier machen kann, dürft ihr mir die gerne zukommen lassen. Wie gesagt, ich würde jetzt die Fenster fertig bauen, die Türen fertig bauen und dann sind wir durch. Dann gucken wir mal und wahrscheinlich in der 07 wieder rein. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, zum Beispiel meine Mama, die findet The Forest uninteressant. Ihr gefällt Infected auf jeden Fall besser. Da hat sie auch heute zu mir gesagt. Oh, tut mir leid, aber ich gucke mir das nicht an. Ich mag das nicht. So, ach, ist doch okay. Ich würde doch nie im Leben, mein Gott. Das mag ja nicht jeder alles, ja. Kommen bestimmt auch wieder Sachen. Äh, andere Sachen. Ähm, ich werde auf jeden Fall zwischendurch nochmal Medieval Dynasty bringen. Ich weiß gar nicht, hatte ich das erwähnt gestern in der Folge? Habe ich alles schon vorbereitet? Ähm, die werde ich wahrscheinlich im Nachhinein, nach dieser Folge hier aufnehmen. Das heißt, vielleicht könnte es sein, dass heute Abend schon Medieval Dynasty rauskommt. Oder heute früh. Schon rausgekommen ist. Ähm. Das werden wir dann sehen. Was er hat, funktioniert übrigens nicht, wenn das Ding aus ist. Oh, was? Ähm, ja, finde ich gut. Finde ich gut. Ansonsten das Gewächshaus. Ich hatte am Anfang, hatte ich Probleme mit den Türen. Äh, dadurch, dass ich das Blueprint stehen hatte, dann gespeichert habe und neu gestartet habe, hatte ich einfach zwei Türen drinne. Das war ein bisschen unangenehm, aber nach dem Neustart ist es dann weggegangen. Also alles gut. Falls ihr auch das Problem haben solltet und es euch stören sollte, das ist die Lösung. Gut, ihr Lieben. Ich will das jetzt auch nicht alles in die Länge ziehen, dann machen wir heute mal eine kürzere Folge. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in Medieval Dynasty und The Forest wieder. Bye, bye. 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 Bye.